Morgen um 11 So Leute, bevor das Video losgeht, hier einmal die Auflösung für das Gewinnspiel der LED-Lichter von letzter Woche. Es waren 800 Kommentare und von denen habe ich einen Gewinner ausgepickt und es war GZ, melde dich bei mir und schick mir auch ein Screenshot als Beweis von deinem Profilbild, wo du es bearbeitest, damit ich weiß, dass du es bist. Du hast genau eine Woche Zeit und am besten schreibst du mir sofort, ja, bam, bam, bam und dann kommt das LED-Lichter noch diese Woche zu dir nach Hause. Und jetzt geht's los mit dem Video. Yo Leute, was geht, was geht, was geht, was geht ab? Ehre, Ehre. Denn ganz viel Ehre, weil heute ist, ähm, Ehrentalent. Ah, oh man, jo Leute, ich bin so gespannt auf dieses heutige Ehrentalent. Ich bin erstens bin ich gespannt, wer alles heute dabei sein wird, was wir alles heute an neuen Talents mitbekommen werden. Was geht, Misa? Herzlich willkommen. Oh fuck. Hä, ich bin selber noch nicht drin. Was geht, Misa? Herzlich willkommen. Und, ähm, wir haben... Oh mein Gott, ich muss direkt wieder, ich muss mal wieder meinen Klatschen rausholen. Ich muss mal wieder diesen Klatsch-Emote haben, weil direkt, direkt wurden wir einfach abgewiesen. Hallo? Warte halt extra. Nochmal immer so 10 Minuten, bis was kommt, so, weißt du? Okay, Gladio, erst mal, was zeigst du uns heute? Gladiator? Also, ich sing jetzt ein bisschen Hit or Miss. Nein, nicht Hit or Miss. Bitte kannst du was anderes singen als Hit or Miss? Dann sing ich Doggy. Kannst du was anderes als Hit or Miss or Doggy? Kannst du da was anderes? Hm. Oh Gott. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Ja, das ist okay. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Der deinen Namen trägt. Meine Damen und Herren, Gladiator. Oh ja, klar, ich will ein Rebelspiel von Toki Wu, das erste Intro. Okay? Sau nice. Sau nice. Das war ultra nice. Hi, 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 hi. Was will ich? Was geht? Ich hab keine Verlänge. Warum bist du denn hier, warte mal, warum bist du denn in dieser Warteschlange? Also ich bin letztens. Warte, kannst du vorher aufhören, an diesem Mikrofon rumzuspielen? Besser? Ähm, also nicht an diesem Mikrofon so rumspielen, sondern einfach so lassen. Äh, hi. Spaß. Es klappt. Besser. Sagял. Besser. B Однако. BPa. Bura. Bska. Bura. Bkos. Bura. B temper. Bura. E瞬. Bist du schüchtern? Woher weißt du das? Ich wollte noch eine Ansprache halten. Ja, halt die, gerne. Wie ich schon gesagt habe, zweimal gewonnen. Und ich will heute nicht antreten. Ich wollte nur euch allen sagen, wenn ich das schaffen kann, deine Kamera ist übrigens unscharf, dann kann das jeder schaffen. Jeder von euch da draußen hat ein Talent. Jeder glaubt an euch. Und ich bin schüchtern. Donald, Donald D., was geht ab? Also ich war heute im Park und ich habe da einfach so eine Ente getroffen, die konnte sprechen. Okay, war zu kurz, ich hole kurz Donald. Donald. Ey, was, fuck you? Sag mal jetzt was hier. FBI? Ja, das war die Ente. Junge, das klang so krass. Komplette Ehre. Also jetzt bin ich gespannt. Warum kommst du rein? Hau rein, du hast was das du vor. Wer ist da noch mit? Okay. Simon! 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 Alles klar. Okay, Nick. Okay. Okay. Freu dich. Freu dich jetzt einfach darauf. Soll ich gleich ankommen. Alter! Du hast den Klang weggeworden. Junge! Danke! Das ist doch kein Ding. Ach man, Alter. Ich bin gerade ein wenig überfordert. Und ich häng sehr gut wie anfangen hier drin und hab das nicht erwartet reinzukommen. Nee, nee, warte mal kurz. Der ist mir in der Schule eingefallen irgendwann. Das war sehr dämlich. Ich sitze nicht da und muss lachen. Der Lehrer fragt sich, hä? Nein, der O. Oh, Dankeschön. Nimm Sinn, die Akte. Nächstes Mal bitte den Alkohol weg, sonst donatet er noch die ganzen 1.000 Euro. Nein. Ich hätte nicht echt... Ich hätte nicht echt... Ach komm, einfach USB-C wie Pan. Nein. Nein. Hä? Platoon-Map. Nein, nein, nein. Nein. Leute, das kann... Ja, nein. Donation-Eskalation. Aber du verdienst es. So, so sehr. Ich freue mich einfach nur für die 10. Nein, nein, nein. Ha, kleiner als 3. I've said it once and I'll say it a thousand times. Danke, Nick. Einfach nur danke. Kleiner als 3. Ich weiß gerade nicht, was in diesen letzten 10 Minuten abging. Ich kann, ich kriege das einfach nicht hin. Also ihr habt mich echt sprachlos gemacht, Leute. Das, das. Wir spinnen. Danke einfach. Bald ist es wohl kleiner als 3. Was macht ihr? Was macht ihr mit mir? Sample Text. Ja komm, Full FML. Sehen wir heute noch Freudentränen? Bitte? C. Kleiner als 3 Dekasekunden. Den kriegen wir heute noch voll. Spendentale. NT und so. Ach, Hasi. Du verdienst das? Kleiner als 3. Ganz viel Lauf. Haut rein, Leute. Penalte. Beauty got price, I got my fucking chance. So you are not new, motherfucker, you are well. I am the golden, yes, Billy is new. I will never stop working little bitches like urusel. Ay, Billy don't play. Spend a few beers at the fucking buffet.